3 auf meinem Kanal wenn dabei ist heute liebe Z-Track, was geht? Moinsen Ok, weil wir machen heute Abo zocken? Ja Und ihr könnt gerne da mitspielen, also ihr müsst euch an Apple Games' Namen in die Kommentare schreiben und ihr könnt hier mitspielen Aha, eine YouTube-Nage! Die ganze Zeit legt dein Tier herbst So, jetzt zocken wir das mal eine Runde Ich freue mich für dich Du kannst Ehrenbruder sein Nacken Vielleicht nehmen wir den ein oder zwei Zuschauer nach oben, ne? Cedric, guckst du grad den Stream? Ja Hör mal auf, bitte Danke Warum? Warum? Darum Oh, guck mal, dann fühlst du dich nicht schlecht, dann hast du wenigstens ein Schuschen auch Also ich fühl mich nicht schlecht Also ich fühl mich nicht schlecht Auch wenn ich keine Zuschauer mache Man macht einfach Fun, also mir macht einfach Spaß Also mir macht einfach Spaß zu spielen Okay Die Schöpfe ist gut, meine Freunde. Meine Freunde. ich glaube ich habe es nicht ganz wichtig wir gehen aber trotzdem ich bin Anwesendung Ruf ähm ich geh Villa Ah ja du gehst Villa Ich hab ne Püste Ich hab ne Seilungschweig Nice der hat noch mal direkt auge Püste nur Ah ne warte ich bin irgendwo Dann stell mal deine Gruppe auf Privat Was hast du ihn schon gekriegt? Hast du ihn schon gekriegt? Sehr Glück hast du ihn schon gekriegt Kannst du mir die Snipermonen geben? Ja Lass mal Kellerhaus Ja klar Herr Zetrick guckst du grad zu? Nö Ja Leute ihr könnt halt jeden Ihr könnt jederzeit mitmachen Ihr müsst einfach nur euren Epic Games Namen reinschreiben Weil Zetrick guckt grad Ich guck grad einer zu Schreib deinen Epic Games Namen in den Kommentaren und du kannst gerne mitspielen um Woher wir die DOS Gute 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 die Leiter Spaß Prozent Prozent grüne Pistole und eine Heavy Warte was? Du hast mir eine Spaß? Ah ja Leute ihr könnt halt jederzeit mitmachen müsst einfach nur Epic Games haben kommentieren und ich helde euch die 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 mit den jungen ja das sind zwei für den anderen ich bin ja so weiter Ja, die hießen beide fast gleich, lol. Dann nennt man sich gleich, oder? Komm aus mir her, bitte warte. Warte, hier ist Gegner hinter uns. Jetzt kommt das so und ich hab Bounce-Küssen. Hey, wir haben da fehlen. Stimmt. Ne, mit den Bounce-Küssen. moved. Oh, drei noch ein bisschen ... Da hab ich noch mal wieder. Ich warte, der kriegt ein paar Bunch. Der Abschließt geht. Wir laufen kurz. Warte, du musst mal vorm Slop-Bus landen oder lande mal auf, lande mal auf dem Slop-Bus. So, jetzt ficken wir die Zeugen. Viel weiter höher, die Stippe. Warte, ist das Haus hier, ist das Haus. Da hinten wurde was rausgefahren, das habe ich gerade so gesehen. Warte, da ist ein... Wo ist der? Wir haben das Haus gerannt. Was ist denn zu tun? Das blaue Haus, oder? Ja, blöde. Ja, vor mir. Ja, wo denn? Ich habe eigentlich genug. Ich habe den so ein bisschen verarscht. Ich habe ihn geschwittert. Was auf, der Mäd ist hinter uns. Okay. Oh ja. Hast du einen Snipermon? Ne, ich habe Müll. Ich habe hier gar keine. So. Jetzt sei mal ehrlich, Cedric guckst du gerade zu? Nein. Ja, okay, dann guckt gerade einer zu. Oder du guckst gerade zu. Nein, ich schwöch. Ja, das geht aber ich guck gerade nicht zu. Ja. Ja. Leute, schreibt gerne eure Epic-Nahe in Kommentare und wir zocken mit euch. Ich habe das nicht mit euch da rein. Was ist das? Was ist das nicht vermicellt? Was ist das ...? Wir haben das die Schlaforming. Ich habe das die Schlaforming. Wir haben das. Das ist die Schlaume. Musik ist das hier. gut die neue Zeichen nr ich konnte auch den achten sie sie sind das war die Maske das machen und nicht mal ganz gut im Haube die gewandtliche Mission, oder? auch aufhören ist so viel wenn ich den getroffen mit Schreibt gerne euren Epics-Namen in die Epic Games-Namen die Kommentare ach Digga Tom oder ich wollte den Heli treffen unser Max Luft ey ich wollte den Heli treffen Digga aber du bist ein bisschen behindert wo schießt du denn hin Digga Huf? du hast komplett daneben geschossen ja ich weiß Digga bei mir sind zwei Gegner zerträgt kannst du mal den Scheiß Stream im Hintergrund ausmachen? wo ich mich grad selbst verleidigt hab Digga Huf ganz schön so hier ist es aber die Wertkonferenz gespielt ich du ich du 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 zwei stück die bänden ab 1 wir können dir zwei minis und ein bisschen ich kann mit spielen muss einfach nur den Epic Games Namen in die Kommentare schreiben und wir endlich dann laden wir dich ein den kannst du mit uns zocken doch mal auf bist du dieser fort das klingt ich habe ich bin ich spiele der sniper ganz ehrlich ja da gibt mir die sniper aber ich mache nicht diese andere ich weiß tom max noch was die kennst du den kennst du kennst du noch thomas deiner grundschule also der klein und der große ich habe ich habe mich mal gefreut der aber nicht nur gefreut war er von dort ich habe ihn viel also ich weiß ja nicht ob er bei dir und hat war ja er hat mich und ich hab den vier ich musste ja noch zwei jetzt geben ich muss mich gleich wieder zu Gamer Po aber Digga du musst auch mal schreiben lernen warte ich muss noch mal eine Waffe sortieren ihr könnt euch gerne alle mitmachen ihr müsst uns adden oder wir adden euch ich bin in der Zone ich bin in Köln so ist er noch ein paar lange gekehrt die Schöne kurz in die Köln vom Köln Ort der Stiftung ich stehe woach 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 es sind das ist auch nicht dran gelaufen und was nicht ich schwöre wenn ich die restlichen sechs gegner heute ich werde glaube ich nicht und glaube ich auch mit schlussproblem im hier kann ich auch nicht mehr müssen los die Kürtel und er hat aber eine gute ich habe eine epische Spaß spiel zu den auch in einer anderen Variante in lila ich habe ihn nur in blau gefällt Du kannst da noch eine andere Variante auswählen das war lila das ist immer wenn uns gegen Kostik für alle Varianten davon wusste ich früher auch nicht mehr zwei aber Kopf hoch nein nein drei nein ja die rote ist männlich ich weiß ich rede gerade von der weiblichen soo schlusser Schüler EO Westkörper bei mir war das verpackt bei der Schottermann war als Schmerzmann gezeigt Ja, ja. Na ja, noch drei geht's nur. Oh, nein! Ich hab schon mal so eine Tonnen und... Doch, 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 doch. Natürlich war ich runter. zum Glück lag hier noch wo wirst du runter ich bin natürlich noch zwei geht noch hey du meine Minis gib die schließt in deinen Kopf ohne Gott zwei geht noch immer freundlich sein kann nur hoffen Kinko 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 ja du darfst mit mir wenn du ein Kanal abonnierst ja das mache ich also wenn mein Handy wieder da ist weil es gerade ein Röder da ist vor allem das hat funktioniert nicht Kinko darf man mit mir oder nicht ok ey komm man ja Digga wenn du mich benimmst weil ich streamen grad ok ok Digga wo sind denn die letzten beiden Käse stimmt so elendige Camper Digga die haben sich nur verkämt das ist einfach um die nächste Zone hier bitte einfach um die nächste Zone ich hab hier noch ich hab hier noch ich kann gar nicht wohnen ich sehe so Ah mein Freund da hinten ich konnte sich da oben einkriegen warte mal kurz ich hab's mal im PC hab ich da so einen Kanal finden eh Hans Zenker Hans Zenker ja also Hans Zenker zusammengekriegen oder? auseinander und bei Hans das H groß und bei Zenker das Z da wird ja hätt ich mich von denken können die kommen nicht gepusht Zettrick die Minigang die Brute Zettrick kommt doch ein paar her Zettrick kommt direkt von her Zettrick kommt direkt von her ja warte ich hab die Heiko und ich kann wieder von hier von hier aber Digga guck mal bis zu einer Sonne nein ja ich komm schon jetzt komm ich hab die Brute die Brat Zettrick Alter Zettrick warum musst du da bauen noch dick hab doch wieder so pass auf die sind neben dir da ist einer pass auf hinter dir ist einer der eine dabei der eine der eine Leute komm gg in den Chat gg in den Chat gg in den Chat mal so Ansonsten ganz klasse jetzt zu und er kommt sich in den Chat Naja Naja ich bin da es regt halt so auf Ja, es regt jetzt so auf, sie kommen hier so auch ein bisschen Schrott. Ach Digga, Zettrick, ja, hört doch jetzt auf, Zettrick. Wollen wir suchen und verstecken spielen, also halten Sie. Ja, okay. Dann muss mal einer nur nach dem Code gucken. Zettrick, mach mal Creative Friends. Ja, du gibst keine Autoppiele und so. Zettrick, du musst, geh mal in Item Shop, geh mal in Item Shop, dann steht da Stilvorschau, dann gehst du mal da rauf und dann ist der in Schwarz, steht da. Abo zocken mit euch, ein aktiver Zuschauer. Ja, ich weiß nicht. Komm, mach jetzt auch welche. Aber wenn jemand schwimmt hier, dann will ich da nicht. Engg, musst du auf den Skin gehen, Zettrick. Dann steht da Stil bearbeiten und dann gehst du da drauf. Guck mal, da steht dann Stil bearbeiten, Y. Guck mal, da steht dann Stil bearbeiten, Y. Guck mal, mach jetzt mal Creative Friends. Guck mal, da steht dann Stil bearbeiten. Kannst du mal den Streamer hinter uns aufmachen? Nee. Nee. Ja, aber der ist meine diese Maus, man. Schleiß was auf den Computer vor. Ja, einfach Computer auch, ohne was zu tun. Schreib mal, schreib mal was und schreib mal rein. Ja. 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 Geht grad nicht. Ich hab den schon wieder ausgemacht. Bis jetzt wieder. Ist egal. Wo ist jetzt meine Fernbedienung dran? Ach, den kann ich jetzt erstmal alles anmachen. Wenn ich jetzt offline gehe, nur weil meine Slick ausgeht. Ich raste so hart aus. Wirklich. Nein, man. Nintendo Switch. Ja, Nintendo Switch. So, Digga. Halt den Sieg. Let's go. Einer muss man machen. Einer muss man eine Map reinmachen. Hey, was für eine Map? Einer, Halt den Sieg, Digga. Ja, Digga, mein Handy ist nicht da, mein Computer ist relativ Schrott. Ich hab noch den Computer von meiner Mama. Ja, das kann man gucken. Aber der ist noch fütter. Ja, also. Halt den Sieg, Maps vor. Aber Digga, mach Ton aus nicht, dass ich hier einen riesen fetten Copy-Strike reinbekomme. Okay, ich hab eine. Okay. Eine, die nicht so groß ist, aber sie ist gut, muss ich sagen. Ach, ist das die Map? Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ich wollte nicht in die Rutsche gehen. Ach, Mann. Warte, geht noch nicht in die Map, okay? Wer wartet? Wer wartet? Hä? Hä? Ich hab' doch immer auch dort. Ich bin komplett in Lust. Ich bin komplett in Lust. Die Welt ist geil zu melden. Können wir mal ausprobieren. uns aufeinander machen. Der kommt ja… Skiff. Und was kommt ja auch mal aus. Ich glaube, wir sind eine sehr gute Idee, aber ich glaube das ist, dass wir auch in die Mets rauskommen haben wollen. Händen einen Gegner zu tun uns verarschen und die die künstler wieder zu packen 50 ich habe eine andere ich nicht so ist die ja doch weiß ich gehe teams zwei ich muss euch für die minuten habe ich zeit jetzt sind zwei in team 2 er war team 2 ist doch m suche verstecken nein doch zettel insweist der zettel gesucht geht raus geh raus raus ja ich geh da rein äh ui das ist ne coole map ich könnte dich jetzt so schön snipen hör doch auf zu gucken zettel was ist da ja digga du guckst stream zettel nach stream aus also ich bin ja ja ich mach aus versprochen ja wenn du wenn ihr zettel nicht ausmachen würde ich mach aus versprochen sonst wait finden würde ich kenne die map gar nicht also ja ich kenne die auch nicht ich hab die nur rausgefunden weil das ist eine gute map aber die ist auch nicht so groß wie lange haben wir jetzt zeit zum verstecken wir machen ihr macht jetzt noch ihr minister drei minuten 50 steht bis dahin hat die zeit wie also alter so wenig habt ihr ne wach oder nicht ne ja wir haben nicht ja wir haben nicht alter digaum aber zettel müssen wir dann äh stehen bleiben wenn wir wenn die zeit abgelaufen ist ja dann müsst ihr stimmen hören und er ist auch mein Gott er hat einen Kugel die Dörten und das ist es ist ich kann ja durch die hier der Soldat hier glaube ich so im Garten und Kuhn Prozent 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 die Kinder auch hier im Garten Köln er hat noch 20 Sekunden im ich glaube aber niemand ist von euch im Garten versteckt kannst du ja nicht wissen, Cedric ja, ich weiß okay, ordentlich ist du gut jetzt ist Metti Pyro High, was geht? wer ist das? weiß ich nicht den Bruder? der ist ja auch mit dir Cedric, du wirst dich nie finden Digga, ich bin mal kurz auf Toilette so, jetzt muss ich dir den Stream leiten Leute, lasst ein Abo und ein Like da ey, wenn ihr auf Toilette geht dann guck doch mal deinen Stream an ja, Digga, mach nicht dann ist Spaß, man das war richtig ehrenlos okay, ich guck erstmal in der untersten Etage und Franz, du darfst nicht das Versteck wechseln, du? ja wo seid ihr unten, oder? ja, ich würde auch nicht das Versteck wechseln das ist richtig ehrenlos hm oder wir machen eigentlich oder wir machen quasi High-Dent 31er zu dritt äh, Magic Probe kommt nicht bot ja, kannst du, kannst du machen also ich muss kurz noch schauen, wie das geht Sie sind im Modell ein Feuerwehrkreis oder wie soll ich das denn hinbekommen, Digga, ich bin zu los Lelele, Münze Zehle, ist einer schon gefunden? Nein, so gut bin ich guck gerade erst mal unten Heber Fox, Nacki seh ich nicht, wenn ich eh ich bin also ich schätze nicht ja ich bin halt ein bisschen Hacker Kappe ah fuck you digga ach digga oh man alter so welche nehmen mir denn die ähm Lust daran zu streamen nur so welche digga ja warum was ist denn guck mal nix aber nix ist mal kurz bin gleich wieder da was ist denn ich kann halt nicht in den Sprengucken na ne ich schon nicht ähm Zehrik ich tanze mal ja äh 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 Kino kanns kommen Kino kanns kommen ich glaube nicht, dass es klappt, dass du perfekt gefunden hast. Ich werde mich in der Küche. Du wirst mich eh nie finden. Leute, es gibt doch einen Keller. Geh jetzt erstmal den... Ich geh erstmal Küche und dann... Ähm, sag mal, bist du draußen oder drinnen? Ich weiß nicht, ob man das so drinnen oder draußen zählen kann. Ich weiß es nicht. Entspannend. Da habe ich nur bis an einem dieser Häuser hier. Wer bin ich wohl? Nein. Wohin? Wohin? Der ist drinnen. 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 er ist in diesem in diesem Zimmer wohl achten muss hochgehen Neul hat Franz auch ein Bus doch jeder hat wir beide haben einen Bus gehen das erste Zimmer ne falsches, falsches, falsches jetzt in das Zimmer, was geradeaus zu ist nein, 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 ganz hinten, ganz hinten das Zimmer ganz hinten, jetzt rechts, rechts der ist oben auf der Schublade warte, 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 jetzt sagt man nichts mehr hinzwingen der ist oben auf der Schublade, was? ah, der ja was denn ne, Mati hat ja alles vorgesagt Alter, wie los bist du denn ey, Cedric, Alter, wie los? Digga, das ist ja peinlich halt wirklich das kann auch nicht gehen alter, Cedric, das ist peinlich, geh den doch einfach ich geh jetzt auch super Cedric, geh den einfach so okay, einer ich müsste jetzt Team 1 gehen okay ich bin nicht mit dem Team zwei, aber warte, einer konnte sich noch mit mir verstecken wir haben einfach 60 nochmal mit mir ich suche ich suche ich suche okay, Franz, wir beide mal checken uns ähh der ist gerade äh, Sucher ich? aber warte, wir müssen alle ... hä? Wir müssen noch mal zum Zentrum. Geht mal alle zum Zentrum. Ja, okay, lassen wir noch mal zum Zentrum. Dann müssen wir noch mal in die Map rein. Dann ist das alles in die Küche rausgegangen. Wohl. Wie findet ihr mein Outfit? Cool, jetzt komm rein. So, ich geh Team 2. Oder, ne, ihr geht beide Team 2. Wir müssen Team 2 und du musst Team 1. So, Wahnsinn, wir müssen Team 2. Wir sind noch nicht Team 2. Wir können starten. Ab. Jetzt. Ich noch nicht. Hey, ich hab gewonnen. Hä, was ist da? Wer hat jetzt? Wir sind alle Team 2. Hm. Nein, ich hab zu früh gestartet. Ich hau. Ja, okay, dann geht wieder Team 2. Ich bin schon gut. Du musst mit Team 1 gehen. Achso. Achso, stimmt. noch nicht, noch nicht starten. Warte, noch nicht, noch nicht. Franz, ich will jetzt mal ein Outfit. Jetzt so. Guck mal, ich mach, Bruder. Ich hatte, als ich gesponnt wurde, richtig krass Versteck gefunden. Ich weiß nicht, wo das ist. Das brauch ich unbedingt. Okay, ich stehe jetzt hier an der Hecke, also ich kann euch nicht sehen. Oh mein Gott, Alter, mein Versteck ist super krass. Ich bin nicht so gut. Warte, darf ich diese Runde dein Stream sehen? Weil ich besuch's da jetzt. Ja, kannst du. Ich hab immer so ne Frage. Hast du Taschenriss? Taschenriss? Ne, hab ich nicht. Also, was hast du alles? Ich hab ne Scarp, Spaß, P90, Heavy und ein Schlürfnis. Cedric, warte mal kurz. Wir haben ja noch Zeit, uns zu verstecken, ne? Ja. Cedric, komm mal. Nein, ich hab ne bessere. Cedric, du sollst einfach mal kommen. Cedric wird mir dann mal deinen Verstecken. Warte, wir erscheinen uns erstmal gegenseitig unsere Verstecke. Cedric, komm mal zu hier. Will ich dir sagen, wo du hier hoch musst? Komm mit, ich zeig dir. Komm mit. Warte, Cedric, ich zeig dir dann mal mein Versteck. Kann ich komm? Warte, Cedric, ich zeig dir erstmal Cedric mein Versteck schnell noch. Cedric, komm. Ja. Ich zeig dir erstmal. Ich zeig dir einfach nicht mehr, wo mein Versteck ist. Kann ich komm? Kann ich komm? Nein, warte. Nein, warte. Ey, ich guck nur an Folgen mit der Sniperi. Ich guck gar nicht. Nein. Denk dir nicht. Kann ich komm? Ich komm jetzt okay. Warte, warte, nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Ich komm jetzt wieder zu meinem Versteck zurück. Aha. Kann ich jetzt komm? Und der hier hinter. Ja, okay, warte. Hat mir Geburts noch ein paar Sekunden? Okay. Ich komm jetzt so geduckt in Richtung euch. Warte, ich muss wieder, ich muss wieder zu meinem Versteck jetzt gehen. Ich steh doch erst nur vor der Tür. Hier. Nicht gucken. Kann ich jetzt kommen? Warte, ich bin kommend in 5, 4, 3, 2, 1, 2, Ich muss kurz noch was ausstellen, weil sonst höre ich nur Steps die ganze Zeit. Ich guck erstmal in meine Küche. Ich guck erstmal in meine Küche. Ich guck erstmal in meine Küche. Ich guck mal. Das ist doch nicht. Ich guck mal. Ich guck mal. Die kann ich aber nicht auf. Das ist echt weg. ich seh dahinter doch was Scheiße, er kommt äh, Cedric, du darfst das nicht Cedric, wo bist du? ich hab dich gefunden gebacken es grad richtig ich hab grad 1.100 Ping ihr seid, dass mein Internet abschloss okay ich hab jetzt wieder einen guten Ping äh Martin Puiso schreibt die ganze Zeit was rein hallo, willkommen ins Wort, bitte Puiso Ich hab manchmal das Gefühl, dass er auf dem Dach ist, keine Ahnung warum ich frage mich wie man aufs dach kommen soll dann kann ich nicht gib mir mal einen tipp gib mir mal einen tipp bitte nein nein oh leute gibt es einfach mal so ja moin ja warum kriegst du eigentlich keine Zuschauer keine ahnung wie viele Zuschauer hast du? null null es hat er wieder null ich weiß ganz genau dass er irgendwie aufs dach ist er ist nicht aufs dach okay dann hier oben habe ich alles abgesucht ich guck gerade ob dein Stream bei Fortnacht angezeigt wird dann guck ich mal in Keller okay im Keller ist halt so offensichtlich okay gib ihm mal einen tipp welche Etage du bist scheiße man was ist denn was ist denn was ist denn was ist denn Welche Etage bist du denn? Gib mal Tipp. Das Ding ist, ich bin runtergefallen, also ich musste mich jetzt, also es wäre kein Verstecken mehr, also ich wollte erst weiter die Etage. Warte mal kurz, ich sag dir einfach, wo ich war. Ist jetzt egal. Zeit ist eigentlich vorbei. Wo denn du raus? Komm mit, wo ich war. Nur ich bin runtergefallen. So, komm, oh nee, ich komm hier nicht mal hoch, ich bin so los. So. Cedric, ich weiß nicht wie das geht, also wie man es, also wie man es Dach nennt. Also, für mich so ein Dach, es war nur irgendwie obere, also es war nicht richtig, das Dach. Aber ich lege bei mir auf jeden Fall gerade. Warte doch mal, ich hab dir nur das Durchschweckungsstück gucken. Ich hab dir nur mit deinem Durchschweckungsstück. Ja, okay, das geht sogar. Warte, hier war ich. Wo? Mann. Ich war da oben drauf. Und nur weißt du, soll ich dir sagen. Dort, dort, bin ich halt da runter. Ja, guck mal, zu rauskommen. Geh an. Du kannst mir keinen Schaden zu füllen. Dein AIM! War Papier an, du dein AIM! Ne, jetzt können sie sich mal. Ich weiß ja nicht, wo er ist. Ja, er ist genau vor dir. Komm jetzt, ja, du kriegst einen Notcopper. Du bist der Notcopper EO West? Okay, ja. Ich geh dann Team, ich geh dann Team 1 und hier, äh, ich suche. Okay. Ey, wollen wir mal diese Brawl Wars Map spielen? Ja, komm, lass irgendwie. Ja, komm. Ja, okay, lass mal das Brawl Wars spielen. Ich hab grad einen feiß Pin. Ich hab einen ganz normalen Pin. 27. Ich hab einen 3er. Jetzt hab ich noch einen 7er. Warte ich dir eins. Was ist die Brawl Wars Map? Digga, die ist richtig krass. Wirst du das sehen. Also da hat jeder eine Waffe. Bei mir leckt's grad richtig. Und dann sind da ganz viele Clipper in der Map. Und die haben alle eine... Wie heißt du mal die Waffe? Wie heißt du mal die Waffe? Ich hab nur eine... Kampfrood Combat. Achso, ja. Und jeder hat eine Kampfrood. Und der muss man sicher zugegenseitig dagegen. So, okay. Wo hab ich jetzt meinen Brawler? Dann mein Brawler. Achso. Jetzt muss man sicher zugegenseitig dagegen. Ich muss gerade überhören. Dann müssen wir wieder als erstes fliegen. Ach, nun. Dann geht's her. Ich will... Ich muss sie weg. Ich hoffe, ihr hält den Sound nicht dabei. Ich hab den 6er nicht bekommen. Von mir. Ich kann drinnen wollen. Ich bin drinnen wollen. Ich bin drinnen. Ich bin drinnen. Ich bin drinnen. Ich hab aber Cedric... bisschen gewittelt. Auch wenn ich Franzen mitgegeben. Er hat noch mal Franzen mitgegeben. Und... Ich hab mich in One-Shot. Das muss aber auch. Cedric sagt nur mal One-Shot und dann hat er noch... ... die gute... ... 5.000 Leer. Was hat denn? Ne, ich kenn einen, der sagt halt immer... ... zu jedem Gegner schwitzt. Auch wenn sie die größten Bots sind. Und der weiß, dass es so die größten Bots sind. Der sagt trotzdem den... Oh, ne, Digga. Und Cedric hat komplett gebetet. Ich hab dich gebetet. Komplett. Fuck, Bruder. Oh. Ich denke, Cedric ist halt richtig laut. Oh, Mann. Cedric ist... ... dieser... Okay, ich weiß, wo Cedric ist. Ich bin dieser komische Kinder, dieser blau. Der so ein rotes Leuchtenkopf? Weil ich hab noch blaues. Nein. Ich bin in meiner Box. 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 Hey, Leute, Digga. Das ist grad... Ich bin... Ich bin auch in meiner Box. Nein... Mal... Der war schon. Man kann nur... Ja wenn ich nicht richtig... Bär wär, weil ich nicht lobe... Aber hast du... zu wenig... Ich hab wirklich komplett loben. Ich hab hier irgendwie... ...wundertfünf.... Ja, wie kann man denn hier? Zedrick, ich sag nur so. Oh ne, das ist nicht los. Nein, ey ich mach Zedrick so low. Digga Zedrick, als ob du den nicht gebetert hat, der noch 80 Leben oder? Äh, kippern ja Leben dazu. Man, der komplett voll, wenn man ein Kind ist. Voll, voll, Jürgen, Jürgen. Oh, Digga. Killmann, Borda. Ist gut. Kennst du Killmann? Ja, mit dem vorhin bestätigt. Börden, leider mit dem. War das Börden? Ja, Börden. Ja, Börden. Das Ding ist Zedrick. Da muss man dann auch bei seinem Fahrzeug bekommen. Ich schieß einfach die ganze Zeit nur hoch um mich, keine Ahnung. So. Wie habt ihr denn sechster Hütte gesehen? Ich glaube, ich hab, ne, ich hab den siemer, glaube ich. Da muss er noch hoch um mich stehen. Alter, Zedrick. Puh. Ja, ich glaube, ich verkacke diese Runde. Ich glaube, ich muss erst mal nachladen. Ich hab aber, ich hab aber noch nicht mal, glaube ich, wen er hilft. Das macht ja. Ey, 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 ey. Das ist wie so ein Ey. Was bin ich? Ich hab auch nicht. Digga, ja, hier geht fast beilaufen. Das war grad Zufall. Das ist zu dir gekommen. Zedrick, Rift, Rift. Fuck, ich muss aber auch. Tschüssi. Ich hab Zedrick ein bisschen Schaden gegeben. Auf dem Fall. Ja, hier nur noch mal ein bisschen zu geblieben. Also Zedrick, wenn du Dark Zed one shot lagst, dann kann ich die nicht hören. also ganz ehrlich ich bewohnte oh, er war ein Secker das hat am wenigsten Leben den Typen der meisten Leben hat sehr viel Sinn Hä, hast du am meisten Leben? ja, ich hab fast noch 200 ja, ich auch da, Digga, da kommt er ja, ich bin halt ein bisschen ja, wo ist er ja, wo bist du ey, ich werd natürlich wieder nirgends so hingeboostet ach, ruh hä, ich kann die auf der Entfernung kein Luft geben, aber du mir, Digga oh 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 WLAN-Kabel WLAN-Kabel? Ja, oh, erst mal neuner Hit! Lecker, etc. Sprach! Du musst auch noch, ich hab dir... Du hast mir in 10er Hit gegeben, aber komm! Aber wir sind aber neuner, aber auch immer! Nein! Du kannst gerne nicht drüben gucken! Ja, ich weiß nicht! Ja, ich weiß nicht! Guck doch mal! Ja, du, wer gibt mir den Höhlen? Wer muss? Nö, nö! Nö, nö! Nö, nö! Noch keinen Hit zu geben! Ich hab dir aber schon... Ich hab dir aber schon... Elber war das glaub ich, oder? 5-10er... Ich bin glaub ich auch ein bisschen zu viel mit mir... ...und... Ich... Ja... WoH! Du, wot du wot man? Termino hat immer an Armieren bei dir... Äh... Fault Zettison. Nööööööööööööööööööö out einemкойband kann ich schließen ich kann nicht schließen ja das bin ich die ganze ich hab dir insgesamt schon 100 schaden ja mann ich bin doch hier der one-totter nein ich muss auch noch nein Termino wie viel Leben hast du? 190, ich hab die ganze Zeit gar keine Ahnung bekommen Hallo Matthias, hör dich Matthias? Ja hier sind wir noch dran hier halt beide gefilmten, nur nichts treffen hey wo bist du denn? jetzt kommt hier ich habe einen Ball gelegt ich habe einen Ball gelegt ich habe einen Ball gelegt das ist ein Ball gelegt ich habe einen Ball gelegt es ist hallo man kann ja ich höre mit dem und ich bin gut dabei glauben das ist weiter zum schluss Prozent ich habe Prozent Kölner und sicherlich Prozent die 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 ich bin jetzt nicht mehr auf dem nötig oh jetzt werde ich doch nach unten und zwei hier zwei krank 163 lehnt bei mir lagts man kann nicht schießen kann nicht schießen bei mir lagts jetzt kann ich wieder schießen da wieder rum ich bin jetzt nicht mehr ich bin jetzt nicht mehr ich bin jetzt nicht mehr vor allem 3 bei mir lagts nein mann was ich bin jetzt nicht mehr wie viel leben hat es wie viel leben hat es der 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 die die hier sind weil wir haben sich hören hallo eine freundlichkeitskanzler hier ist das 3 ich versuche noch auf ich muss das jetzt gewinnen mann hab halt 90er pinke derweil mir leckt's grad todes krass ja leute das war's mit dem stream lasst gerne ein abo und ein live da bis zum nächsten mal haut rein